Willkommen bei Klartext. Meinung ohne Filter. Hier wird nicht um den heißen Brei geredet. Wir nehmen aktuelle Themen unter die Lupe und sagen, was Sache ist. Ohne Schnürkel, ohne Zensur. Dieser Kanal steht für ehrliche, direkte und unverfälschte Meinungen. Wenn du genug von weichgespülten Debatten hast und klare Worte schätzt, bist du hier genau richtig. Abonniere jetzt und sei dabei, wenn wir dem Ding auf den Grund gehen und Klartext reden. Verrat oder Rettung. Wenn CDU und SPD Hand in Hand gegen die AfD kämpfen. Ein verzweifeltes Bündnis der Macht. Eine Meinung von Lutz Bierwirt. Nun gut, stellen wir uns also die letzten Retter der Demokratie vor. Die etablierten Parteien, die mit großen Gesten und wortgewaltigen Appellen versuchen, den vermeintlichen Untergang der politischen Kultur zu verhindern. Diese Inszenierung könnte glatt aus einem abgedroschenen Polit-Triller stammen. Kretschmer, der Held der Stunde, schnappt sich die Fahne der demokratischen Werte, während er mit der SPD durch die politisch verminnte Zone von Brandenburg schlittert. Nicht etwa, um seine eigenen Ideen zu verteidigen, sondern einzig und allein, um die böse AfD abzuwehren. Natürlich, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß und die eigenen Konzepte zur Makulatur werden, hilft es immer, einen gemeinsamen Feind zu haben. Und wer eignet sich da besser als die AfD, der allzeit bereite Sündenbock? Da wirft man doch gerne die eigenen Überzeugungen über Bord? Bricht Koalitionen, kniet sich in den Staub vor politischen Rivalen. Hauptsache, man steht auf der richtigen Seite der Geschichte. Verzweiflung? Nein, nein, das ist gelebte Demokratie, sagen sie. Doch wie peinlich diese Show ist, wird jedem klar, der einen Moment innehält. Wählerwillen? Demokratie? Ach, das sind doch nur Worte, die im politischen Lexikon unter Idealismus abgelegt wurden. Man braucht sie nur, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Und oh, wie passend, jetzt stehen die etablierten Parteien genau dort. Als ob 28 Abschiebungen vor einer Wahl die Migrationskrise lösen würden. Aber hey, Hauptsache, man verkauft sich als hart und entschlossen, oder etwa nicht. Die CDU, ja, auch sie hat das Dilemma erkannt. Da springt sie auf den AfD-Zug auf, schwingt sich als rechts-der-Mitte-Partei auf, kopiert ungeniert die Rhetorik, die sie vor nicht allzu langer Zeit noch verteufelt hat. Doch das macht nichts, solange man Brandmauern errichtet. Die unmissverständliche Botschaft an den Wähler? Wir hören euch nicht, aber wir tun zumindest so, als würden wir handeln. Und das Theater geht weiter. Koalitionen, die geschmiedet werden, nur um die AfD auszugrenzen. Als ob man damit die Demokratie retten würde. Doch in Wahrheit sehen wir eine Klasse von Politikern, die den Bezug zur Realität längst verloren hat. Statt auf die Sorgen und Ängste der Bürger einzugehen, schließt man sich in einer politischen Blase ein und erhebt den moralischen Zeigefinger, während draußen die Stimmung kippt. Die Wähler, die nichts anderes tun wollen, als ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen, werden behandelt, als wären sie naive Kinder, die nicht wüssten, was sie tun. Doch tatsächlich wissen sie sehr genau, was sie tun. Sie haben die Nase voll von einer Politik, die sie ignoriert, ihnen Kosten aufbürdet und mit ihrer Wokeness die Welt retten will. Nur nicht die der eigenen Bürger. Und dann gibt es da noch unsere Spitzenredner des politischen Panoramas. Annalena Baerbock und Robert Habeck. Baerbock, die Meisterin der unvergesslichen Versprecher, die uns mit Perlen wie Kobold statt Kobalt, und wir haben ja in der Ukraine kein Problem mit der Migration, sondern nur mit Menschen, die kommen, um zu bleiben, beglückte. Diese Sätze, so tiefgründig wie die Pfützen im Sommerregen, lassen uns nicht nur staunen, sondern regelrecht zittern, wenn man daran denkt, dass sie für Deutschlands Außenpolitik verantwortlich ist. Dass sie sich dabei immer wieder mit großen Worten überschlägt, zeigt, wie felsenfest sie im Umgang mit Völkerrecht und diplomatischen Feinheiten steht. Robert Habeck steht dem natürlich in nichts nach. Seine brillante Strategie bei der Heizungswende, naja, ich wollte nur mal sehen, wie weit wir gehen können, war ein wahres Meisterwerk der Politik. Als ob das nicht genug wäre, liefert er uns auch den denkwürdigen Satz. Wenn jemand aufhört zu produzieren, heißt das nicht, dass er pleite ist. Ah, natürlich, Robert, warum auch nicht? In einer Welt, in der Realität und wirtschaftliche Grundsätze nur hinderliche Details sind, kann man sich schließlich auch locker von Logik und Marktgesetzen verabschieden. Wirtschaftliche Zusammenhänge? Ach, nicht so wichtig. Hauptsache die philosophischen Fragen stimmen. Am Ende bleibt nur eines klar. Diese verzweifelten Versuche, die AfD zu verhindern, werden nicht nur scheitern. Sie könnten die Altparteien selbst in den politischen Abgrund stürzen. Sie merken es nur noch nicht oder wollen es nicht wahrhaben. Die verzweifelten Machtspiele der Altparteien sind nicht nur eine Frage des Stolzes, sondern auch des schmerzhaften Verlusts von Status und Einkommen. Man stelle sich vor, was passiert wird, wenn die etablierten Politiker plötzlich ihre Pfründe verlieren. Wer keine nennenswerte Berufserfahrung oder Qualifikation in der freien Wirtschaft hat, der blickt plötzlich in den Abgrund. Ein Kevin Kühnert im Callcenter, eine Ricarda Lang ohne Abschluss, ein Habeck, der plötzlich erklären muss, wie Wirtschaft wirklich funktioniert. Das sind Szenarien, die so erschreckend sind, dass sie lieber alles tun, um ihre Posten zu behalten. Koste es, was es wolle.